Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Um was geht es heute in diesem Video? Und zwar möchte ich euch eine Immobilie vorstellen, die sich südwestlich am Balaton befindet, in dem Ort Ketei. Dies ist ein Immobilienangebot, so wie ihr es wahrscheinlich noch nicht kennt. Ihr kennt sie alle, ihr könnt über einen Makler suchen oder die Eigentümer tun, privat inserieren. Das ist hier diesmal nicht. Nein, wir können euch einen absoluten Neubau, Erstbezug, maklerfrei, direkt vom Bauunternehmen anbieten. Bevor wir jetzt aber ins Detail gehen, machen wir einen kurzen Rundflug um das Haus, damit ihr euch das mal von allen Seiten anschauen könnt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Zufahrt zum Haus, wie ihr seht, ist bereits fertig geflastert. Das Tor ist ein elektrisches Tor, was mit einer Fernbedienung geöffnet und geschlossen werden kann. Und wie man sieht, ist der Eingangsbereich vor der Garage komplett überdacht und kann auch als Carport genutzt werden. Auf dieser Zeichnung seht ihr den Grundrissplan vom Erdgeschoss. Ihr seht also den vorderen Bereich, ihr seht den Garagenbereich, man hat ein Zimmer, wo Schober steht, das ist ein Zimmer, Konya ist die Küche, Terrass ist der Terrassenbereich und wie wahrscheinlich jeder erkennen kann, ist da auch diese Treppe, ein WC und dann nochmal auch der Raum, wo die ganzen Installationen drin sind. So, jetzt danach zeige ich euch die Bilder dazu. Musik 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 Hier im Garten befindet sich ein besonderes kleines Highlight. Musik Die ganze Bepflanzung, und das ist mit einem automatischen Bewässerungssystem ausgestattet. Das heißt also, ihr braucht nur die Zeitschaltuhr zu programmieren und die Bepflanzung wird automatisch bewässert. Hier nun die Grundrisszeichnung vom Obergeschoss und nachfolgend die dazugehörigen Bilder. Musik Zum Schluss jetzt nochmal die gesamten Daten vom Haus. Das Haus verfügt über eine Gesamtfläche von 184 Quadratmetern mit einer Wohnfläche von 120 Quadratmetern, eine Terrasse mit 25 Quadratmetern, ihr habt eine 3 Jahre Garantie, das Grundstück hat eine Größe von 400 Quadratmetern und der Kaufpreis des Objektes beläuft sich auf 269.000 Euro. Natürlich verfügt das Haus auch über einen Gasanschlusswasser und hat einen Kanalanschluss. Zum guter Schluss noch, das Haus hat teilweise eine Fußbodenheizung, es verfügt über eine Gasheizung und es hat auch noch einen Kamin. In der Beschreibung unterhalb des Videos werde ich einen Link zur Verfügung stellen, damit ihr euch alle Bilder und Informationen nochmal in Ruhe anschauen könnt. Und dort könnt ihr auch, wenn wir jetzt euer Interesse geweckt haben, einen Besuchstermin oder Besichtigungstermin vereinbaren. Musik